Halleschön, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Bledow, äh, Bledow, ja klar, Borderlands. Und erst fail schon, habe ich gesagt, na toll. Ah ja, einen Platz für Bazooka musst du auch gelassen, gell? Scheiße. Ne, ne, ja, Bazooka lasse ich extra immer. Also können wir jetzt eigentlich alles komplett verkaufen. Was? Ich stärke? Okay. Nein! Äh. Das willst du zurückkaufen? Okay. Die ist gleich und stärker, nämlich die. So. Gehen wir jetzt da hin, weil wir haben noch eine so kleine Klitsche Mission. Was sag ich euch? So. Okay, Killer. Ich bin wieder in Sanctuary. Sei vorsichtig. Die Bloodshots lagern überall um den Dampfer hoch. Besorgt dir ein Gefährt, das ein Parkour abfängt. Alter, wollen wir verarschen? Nummer 5, lebt! Alter, 2, lebt! Ich bin wieder in Sanctuary. Ach. Alter, das war kein Kampf. wenn ich werde den nicht gerufen dann werde ich so 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 verreckt so ja ja so wie noch ja das will ich machen so was habe ich nicht getroffen jetzt habe ich schon endlich eine danke ja für die bekomme ich eine erfahrung von direkt marsch ja toll schon wieder falsch so gehen wir weiter ok ich muss noch zwei umbringen so jetzt haben wir alle diese facken mission die das ist die größte müll wie er ein spiel auch gesagt hat mir gesagt ja oh junge verdammte stein ich hasse es so gehen wir weiter so haben wir schon gereist die mission habe ich auch durch ich schätze für 100 pro gibt es neue missionen weil ja weil ja gibt es immer neue missionen das ist ok 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 was ist das für eine sprache Kamerjägersmann ok das kann ich verstehen selber bin ich wozu du du bist du wo du bist du nicht ich Okay Moxie, was sagst du? Ja, mit Messer zu werfen ist voll gefährlich, finde ich Money Oh, habe ich hier gemacht, auch Geld, cool So Ich mache so weiter, bis ich werde nicht voll Und so auf der Seite, weil So, das, das Geld Mehr Geld Mehr Geld Oh, fast umsonst habe ich bekommen Ah ja Mann Ich will verdammt Ich will ein bisschen Geld bekommen Mann Die Kassel ist voll Müll Ein bisschen, finde ich Aber das bringt diese Re Re Moi Solli Na, wie geht's Gib mir Ja, klar Gib dir Oh Ich glaube gleich, wir sind voll, dann Gehe ich verkaufen dann Wir laufen und machen weiter mit Mission Dann Also da ist einer Okay Und Kacke Beide Kacke ist Das ist nicht gut Kacke ist Kacke So Das will ich schauen Ich Das ist Wie viel habe ich noch Platz Irgendwo sollte es stehen, oder? Ah ja Also für drei Waffen habe ich noch Jawohl Erinner habe ich gewonnen Und das sind das Also für drei Waffen kann ich noch tragen Ja, klar Also noch zwei Waffen Dann gehe ich weg Von dieser Casino What the hell Bazooka habe ich schon HTH Also noch eine Waffe Hier ist nichts Ach, beide auch nichts Toll Mir gehts gut Und dir Ja, mir Passt schon Ist gut Ah, nee Ich wollte nicht mehr So, schauen wir alles mal Okay, das kann ich tragen Dann gehen wir weg schon So, das haben wir schon Ich will mehr tragen Äh, ich will verkaufen Warte, müsste ich kurz schauen Wenn den Wollte Etems Schauen Theoretisch macht die Ja Mehr Schaden San Die andere Aber der hat kein Feuer Schaden der könnte gut sein aber der macht mir weniger schaden ich will schriftlich das sollte vorher nur sein das könnte problematisch sein egal nämlich die aber die jetzt ja wie denkst du soll ich die waffe nehmen ich weiß auf deine antwort weil ich bin nicht sicher als pistol habe ich noch irgendwelche schluss oh die ist besser aber das ist kein feuer ja bazooka das will ich behalten drei pläser habe ich doch vielleicht okay machen wir so naja toll ich war froh ich bin tot so danke dann probieren wir aus dann werde ich die lassen ja toll habe ich rausgegangen bin ich pistols habe ich schon aber nehmen wir auch schon mehr schaden ist auch gut finde ich sniper lassen ja okay das kann verkaufen das kann verkaufen das können wir auch verkaufen okay das ist ziemlich keine waffe merke ich das haben wir schon und ja gehen wir zur nächsten mission nehmen wir schon an glücklicherweise bin ich im moment nicht auf deine hilfe angewiesen okay dann nett gut gut alles voll okay da haben wir schon das muss ich schon wieder zu diesem feuerfolg dingspunkt gehen ich suche dich durch das hier ich sollte die effekte dieser in tech waffen an banditen studieren oh sie sterben wenn du genug auf sie schießt ich sollte die effekte dieser in tech waffen an banditen studieren ich habe mich bereits erwähnt dass ich keine approbation habe okay gute erklärung so viel weiß ja auch nix nix ok tschüss okay das wir leben mehr so gehen wir schon ah du kleine fliege gib mir bis schon ich habe keinen hunger bekommen ich hasse die fliegen wer nicht hau denn letztens habe ich mich ein bisschen vorbereitet oh ja die ist ja die ist gut okay von den fänden nicht aber ja danke die ist die ist schon wirklich gut auch wenn ich es nicht vorher waffe muss nicht alles perfekt sein meine sicht nach aber ich habe gesehen da haben wir besser Pistil 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 haben wir bekommen ja wunderbar so äh quest jetzt nehmen wir jetzt machen wir allererster haja also das mit dem Kult das glaube ich ist mal sehen na gut also ich habe die gekillt und ich habe diese mission brauchen so Feuerwaffe ein Feuerhawk so wir müssen zu ihm gehen ich bin Flammenmeister Schlecken hm ich habe gesehen wie du die Höhle des Feuerhawks betreten und unversehrt wieder verlassen hast wenn du unserer Mutter wirklich dienen willst musst du eine Prüfung bestehen stecke meine Brüder mit einer Feuerwaffe in die ewige Flamme dann bring mir ihre Asche hm Menschen bei lebendigem Leib zu verständigen äh ja aber sie wollen es wohl so sehr schräg nur am besten was er sagt wieso gibt es hier keine Gegner mein Gott 1 2 1 2 2 2 oh oh my god Ja, klar, gib dir Nein, toll Und musst die Anhänger damit Feuer töten um an ihre Asche zu kommen Verwende dafür also eine Feuerwaffe Da diese Tüten gegen Feuer immun sind solltest du sie wegdran Da diese Tüten gegen Feuer immun sind solltest du sie mit einer nicht Feuerwaffe weichklopfen um ihnen dann mit einer Feuerwaffe den Rest zu geben Das ist schöner als eine Hand voll Asche! Nichts! Nichts, sage ich! Wo ist der? Wo ist er? Ich werde langsingig! Ja, du hast verreckt! So, noch eine? Dann haben wir schon diese Mission. Boah, ich hatte das. Ja! Meine Gott! Ja, tot! Endlich! Meine Gott! Okay, mein Muni ist langsam leer! Das ist nicht gut! Oh, ich lade mein Leben auf! Geil! Okay! 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 Okay!